Und wir haben diese Themen für Sie. Härtere Strafen für Klimaaktivisten, das bringt die CSU ins Spiel. Ist das sinnvoll oder einfach nur Effekthascherei? Wie leben mit Wölfen? Ganz praktisch, wenn einem ein Wolf im Wald begegnet. Die Frage wird gerade heiß diskutiert. Dabei sind Wildschweine genauso gefährlich. Aus für Duisburger Musical ein bisschen Frieden von Ralf Siegel nach nur drei Wochen schon Frust an der Kasse. Das sind nur drei unserer Themen heute Abend. Hier ist WDR aktuell mit Katharin Vogel. Guten Abend. Weniger als eine Sekunde lag zwischen dem Einsatz eines Tasers und dem ersten Schuss der Polizei. Das ist jetzt klar im Fall des 16-jährigen Senegalesen, der in Dortmund bei einem Polizeieinsatz getötet wurde. Der Geflüchtete hatte mit einem Messer hantiert, möglicherweise um sich selbst zu verletzen. Der Fall ist wahnsinnig kompliziert, denn die Bodycams aller Polizisten waren ausgeschaltet. Eine Tonbandanalyse belegt aber nun diese eine Sekunde zwischen dem ersten Schuss aus einer Maschinenpistole und einem Taser-Geräusch. Verbrenner sind bald Geschichte. Daher könnte die neue Abgasnorm der EU-Kommission wirken, als wäre sie in die Zukunft gerichtet. Die Pläne drehen sich nämlich nicht nur um das, was aus dem Auspuff herauskommt, sondern auch um den Feinstaub, den Reifen oder Bremsen hinterlassen. Und damit sind auch Elektrofahrzeuge von der neuen Abgasnorm Euro 7 betroffen. Die soll in drei Jahren kommen, aber muss noch von den EU-Staaten beschlossen werden. Kritik kommt aber heute schon von der Umwelthilfe. Sie findet die Werte zu lasch und sagt, dass technisch längst viel mehr gehen würde. Es muss mehr gehen. Denn was wir gerade tun, um die Klimaerwärmung zu stoppen, das reicht nicht. Das ist die Botschaft aller Klimaaktivisten. Aber kommt sie noch an, wenn Tomatensuppe fliegt oder Patex ausgepackt wird? Viel schärfer wird allerdings lieber über die Strafen für diese Aktionen heute diskutiert. Viel härter als jemals über das Thema Klima selbst tut das die CSU. Klima, RAF, Terror. Man müsse direkt das Strafgesetz verschärfen. Zu selten über Wildschweine. Sau gefährlich, gibt es überall bei uns im Wald. Aber Sie hier sind halt einfach viel faszinierender und so ungewohnt. Also macht es auch direkt Schlagzeilen, wenn kurz hinter der Grenze zu Nordrhein-Westfalen in den Niederlanden ein Wolf einem Radfahrer wirklich hinterher rennt. Das sind gleich spektakuläre Szenen. Auch wenn nichts passiert ist, der Westen diskutiert. Auch am Niederrhein. Und da kennt man den Wolf wirklich. Jetzt schicken wir mal kurz Grüße an die Kolleginnen beim ZDF. Mainz gewinnt. Nicht Sie, liebe Zuschauer. Sie bleiben hier bitte. Aber Mainz ist die dynamischste Großstadt in Deutschland. Beim wirtschaftlichen Städte-Ranking hat aber auch eine Stadt am Rhein gut abgeschnitten. Die neue Perle am Rhein heißt Leverkusen. Ein Neuaufsteiger. Und da haben wir direkt meinen Kollegen Henry Bischoff losgeschickt. Mainz singt und lacht zwar, aber wir gratulieren dem Sieger des Westens. So viel Geld verdient man im Fußball, aber für ein anständiges Teamfoto offenbar keine Zeit. Schade. Also haben wir für Sie schon mal ein Panini-Album angelegt zur umstrittenen Fußball-WM in Katar. Alle die sollen in die Wüste geschickt werden. Den Namen Hummel kennt man nur noch bei Instagram. Kein Panini-Bild mehr. Das überrascht so einige. Drei Bildchen fischen wir mal für Sie raus. Moukoko, gerade mal 17 Jahre alt aus Dortmund. Und dazu Niklas Vögrug und Götze. Und damit gucken wir aus Wetter. Ich glaube, die Hummeln kommen nicht zurück, Claudia Kleinert. Aber es ist wirklich ein wunderbarer Herbst gerade. Ja, und es wird auch morgen wieder warm. Und die nehmen, Claudia, für die Einschätzung. Und das war es von uns. Hier geht es jetzt direkt weiter. Gegen Rassismus, gegen Intoleranz im WDR Fernsehen. Schauen Sie live. Arschuh. So wichtig.